Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19. Ihr seht, ich versuche gerade ins Spiel zu kommen. Ich habe offscreen ein bisschen weiter gespielt, da ihr ja bestimmt nicht sehen wolltet, wie Felder geerntet und Saatgut weggebracht wird und und und. Was ich offscreen noch gemacht habe, ist natürlich erstmal meine Gerätschaften wieder alle ordentlich hingestellt. Ja, ihr seht, die Dolly ist weg. Grund dafür ist, ich bin mit dem Scheißding einfach nicht klar gekommen. Ich habe mir dafür einen LKW gegönnt, damit kann ich jetzt auch locker das Dreifache an Saatgut wegschaffen. So, ja, ein bisschen Geld haben wir angesammelt. Hier sieht man auch noch rückständig. Ich habe versucht mit dem Meistersviehzeug die Hühner zu füttern. Hat leider nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Warum haben wir da ein buntes Huhn? Okay. Ähm, hat leider nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Deswegen, ja, liegt dort noch was rum. Das kriege ich leider auch nicht weg. So, als erstes gucken wir mal. Wir haben ja weitere Felder und wieder etwas Geld. Wir gönnen uns jetzt noch etwas Land. Eh, da hinten haben wir ja noch was. Äh, das, 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 das. Da sind überall Sojabohnen. Das ist Weizen. Das dort ist auch Weizen. Das werden wir uns jetzt einfach mal kaufen. So, und die Frage ist natürlich, es ist Ernterei. Wir werden es natürlich dieses Mal alleine abernten. Damit ich nicht immer nur hin und her fahre und dies und das mache. Uah, Gottchen. Gut, hat keiner gesehen. So, ähm, das ist ein großes Feld. Ich würde sagen, ähm, wir werden jetzt etwas rumfahren. Und dann irgendwann werde ich einen Helfer einstellen, der das macht. Ich hoffe, ich fahre gerade auf der Spur. Ja, nicht wirklich. Ich werde versuchen jetzt LS90 auch etwas häufiger zu trinken, als immer so ab und an mal, als Lippenfüller oder wenn ich einfach mal Lust und Laune habe, denn das Projekt macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Ich habe noch einen Offscreen-Spielstand hier drin. Ja, dazu kann ich eigentlich nicht wirklich was sagen. Weil, ja, da teste ich auch mal ein paar Mods, die ich vielleicht mit reinbringen möchte, werde, wollen, keine Ahnung. Das entscheidet aber natürlich ihr, ob ihr Mods hier drin gesehen wollt oder nicht. Und wenn ja, was für welche. Das könnt ihr mir gerne unter das Video in die Kommentare schreiben. Und dann schaue ich mir die Mods einfach mal an. Aber bitte nicht so ein Mod, wo ich hier nichts mehr ausgeben muss. Wenn alles wächst, instant und abgeerntet und verkauft mich schon alleine und und und. Soll schon etwas Realistisches sein. Und ja, ich bin gespannt, was ihr mir in die Kommentare schreibt. So, ich kriege mit. Aberbärken ist definitiv nichts für mich. Deswegen macht das jetzt ein Helfer. Ich hätte vielleicht von der Länge her anfangen sollen. Wäre etwas optimaler. Ich weiß, über das Saku fährt man nicht. Aber als ob der Helfer das jetzt besser machen würde. So. Ich würde sagen, wir können ja mal schauen, was ich gerade alles so im Silo habe. Dürfte aber eigentlich nicht viel drin sein. Und ich habe mich natürlich entschlossen, Zuckerrohr anzubauen. Denn das ist mal eine kleine Abwechslung nebenbei. Und hier sieht man immer noch ein bisschen Saku. Ähm, gut. Das war ein Satz mit X. So, weit nichts. Gerste haben wir ein bisschen was. Raps haben wir noch ein bisschen was. Sojabohnen haben wir. Einmal beladen. In der Zeit kann man ja mal gucken, wo die Sojabohnen sich gut verkaufen. Ähm, 166, 165. Also am Hafen. Ich möchte Hafen Nord. Der hat mir gerade ein bisschen mehr markiert, wenn ich das nicht, wenn ich das richtig sehe. der Hafen Nord ist da oben. Ähm, ja, zu machen. Hafen Nord ist da oben. Gut. Also müssen wir im Grunde. Wo muss ich denn jetzt lang? Muss ich hier lang? Ja. Ja. Ja, so hier fährt es sich dann doch ein bisschen besser. Hehehe. Funkenfett. Hm, der kommt fast schneller. Ja. Ja, hör auf zu hupen. Wenn du so nah an mich ranfährst, kann ich auch nichts dafür. Ah. Ah. Nun mal dieser Gegenverkehr. Den kann ich echt verzichten. Ah. 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 Gottchen. Oh, jetzt spielen hier mal die Englade. Ah. Ernsthaft? Muss ich den jetzt die ganze Zeit hinterher tuckern? Ah. Es wird eine Lkw Fahrrunde. Ah. 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 Es wird mir langsam ein bisschen zu blöd. Ich verhol den jetzt. Ah. 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 Es wird mir langsam ein bisschen zu blöder, ich verhol den jetzt. Bin ich mal gespannt, was uns das an Gelb nennt. Da kommt gut was zusammen, muss ich sagen. 96.000, ernsthaft? Das ist ja schon mal eine stolze Summe, würde ich sagen. 2 Watt ist jetzt auch los. So, LKW fahren mit Ike. Das ist bestimmt interessant mit zuzuschauen. Oh, es wird da warm auf der Wiese. So fährt sich es auch nicht wirklich einfacher. Aber es ist nicht mehr so laut, muss ich ehrlich sagen. Das wäre jetzt ein positiver Nebeneffekt. Da kommt kein Auto. Wo fahre ich jetzt eigentlich hin? Fahre ich jetzt überhaupt zu mir? Ja. Ja. Der hat eine beschissene Arbeit gemacht hier bei mir auf dem Feld. Und dafür soll ich den Helfer ernsthaft eine dreistellige Summe zahlen? Ja. Bei dem piept es doch wohl. Ja. Du hast den vollen Tank schön und gut. Aber nur. Ich will erstmal hier meinen Eker wegbringen. Ich will erstmal meinen Eker wegbringen. Ja. 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 Okay. Das zieht sich hin, würde ich sagen. Jetzt ist das Problem, ich habe hier keine Einfahrt zum Feld. Dann machen wir das einfach so. Jaaa. Das zieht sich natürlich auch wieder hin. Ihr müsst mich doch jetzt eigentlich hier stehen lassen können, ohne dass was passiert. Das Problem ist jetzt, ich brauche den LKW wieder, denn wir wollen ja in der nächsten Folge unsere Zuckerrohrmaschinen kaufen. Dazu brauchen wir den anderen Anhänger. Und hier könnte man ruhig mal ein bisschen putzen. So, dann holen wir uns mal, oder wir fahren zumindest schon mal zum Shop. Ich hoffe, der macht bessere Arbeit als der andere Helfer. So, dann drehen wir hier natürlich einmal. So. Und dann war es das auch schon mit der Folge für heute. In der nächsten Folge kaufen wir uns dann natürlich das ganze Zeug für ein Zuckerrohr. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lasst den Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, was ich auch heute alles in der Folge gesagt habe. Wegen den Mods. Genau. Ob ich ein paar Mods einbringen soll, oder ob ich auf Vanilla LS9 weiter spielen soll. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Bye.